Was halten sie denn davon? Ich finde das sehr gut. Auch die Bedienung ist dann in Ordnung. Dankeschön. Wenn es die Arbeit erleichtert für das Personal, finde ich es gut. Und wie gesagt, das ging ja ganz flott. Ich finde das schon ganz in Ordnung. Vielen lieben Dank. So, wie finden Sie das mit dem Roboter? Wir finden das gut. Das ist eine tolle Erleichterung für die Kellner, die dann den ganzen Tag die schweren Teller tragen. Das geht ja auf die Handgelenke. Und nur eben das Servieren, das ist doch toll. Und die Bedienung ist das Gleiche. Also das ist eine ganz tolle Erleichterung und das ist eine tolle Sache. Wir finden das gut. Sag mal, wie findest du das denn, dass so ein Roboter jetzt kommt und dir das Essen bringt? Ich find das cool und auch eine sehr gute Hilfe, weil in so ganz großen Restaurants, kann ich mir das auch vorstellen, dann müssen sich die Arbeiter nicht so überanstrengen. Ja, ich find's ganz gut. Und findest du sie denn auch irgendwie niedlich? Ja, ich find das Katzengesicht hier ganz cute. Das ist cute, ne? Ja. Super. Ich find's ganz niedlich. Okay, prima. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Ja. Danke, danke. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen im Country House in Sievetal. Ja, ich bin Sing hier von Country House in Sievetal. Ich hab diesen Laden im Juli 2023 aufgemacht. Anfangen ich hab ganz große Probleme wegen Personal. Ich hab zwei Monate versucht immer Personal zu suchen, aber ich hab keine gefunden. Dann hab ich gehört, der Herr mir erzählt, eine Roboter, damit kann man besser arbeiten. Erstmal hab ich zwei, drei Tage überlegt, dann am Ende hab ich gedacht, lieber versuche ich damit ein bisschen zu arbeiten. Anfangen ich wusste, dass es nicht so gut wird später. Dann, ich hab nach zwei Monaten später hier eine Roboter, heißt ja Luca, damit angefangen. Und dann, jetzt arbeite ich damit seit fast sechs Monaten. Und die Arbeit ist so gut geworden. Der Luca mag ganze Essen, bringt ja von der Küche. Die ganze Geschirr bringt wieder in die Küche. Und der Gast ist so zufrieden, begeistert damit. Und extra die Leute rufen an, der will mit dem Luca jetzt beginnen. Der will mit Kindern hier kommen und dann sagt, wir wollen nur Luca hier. Meistens damit, wenn Luca hier mit Essen kommt, freut es sehr. Und Luca, für mich ist eine sehr große Hilfe. Die Leute fragen, wann kommen die Roboter hier. Wenn wenig Arbeit, wir versuchen das selber alles zu machen. Aber es ist viel zu tun, denn ich gehe zwischen den Leuten und sage, jetzt kommen die Roboter. Weil wir schaffen das alles nicht. Und jetzt kommen die Roboter. Roboter kommen, wenn es ganz schwer ist. Wenn wir die Arbeit nicht schaffen, dann schaffen die alles, die Roboter. Luca ist so wie ein nettes Personal. Er arbeitet wie drei Leute jetzt für mich. Weil ich brauche, Luca kann einmal acht Essen tragen. Davor brauche ich drei Leute. Zwei Leute kann auch nicht acht Essen einmal tragen. Und Luca macht das sehr gut. Und bringt auch schneller am Tisch. Die Essen bleibt auch warm. Das wird auch nicht so langsam ist auch nicht. Luca läuft wie ein normaler Mensch. Und dann bringt die schneller Essen auf den Tisch. Alle essen auf einmal. Wenn ein Tisch sitzen acht Leute oder zehn Leute. Zwei Essen kann ich selber tragen. Aber zehn Essen kann ich nicht. Acht Essen nehmen wir Luca. Und dann zwei Essen bringe ich. Und wenn zehn Essen einmal kommen. Die Leute sind zufrieden. Sind glücklich. Und kommen immer wieder. Es gibt ganz viele neue Roboter mittlerweile auch. Die Gäste zu den Tischen bringen. Die auch mit denen unterhalten. Sie unterhalten können. Ja. Das ist gut. Das finde ich auch noch besser. Wenn die Leute unterhalten können. Und dann. Weil das fragt ganz viele Leute. Ja. Kann er reden. Kann er. Kann er. Kann wir damit bisschen was sagen. Spielen. Und versuchen viele Leute jetzt so. Ja. Hallo. Hallo. Komm hier. Aber er reagiert gerade nicht. Weil versteht die Sprache nicht. Ja. Die Deutsch ist bisschen schwer. Und dann aber. Wie haben sie mir erzählt. Komm eine neue Version. Kann er reden und alles machen. Ja. Das wäre noch besser. Ja. Das ist. Ich finde das ist richtig toll. Ja. Wir halten sich auf dem Laufenden auf jeden Fall. Und ich empfehle weiter. Soll die Leute das einmal. In. In. Die Laden einmal probieren. Und dann. Vielleicht die Arbeit wird. Für alle. Bisschen besser. Bisschen leichter. Für mich ist es sehr schön. Ich freue mich sehr. Und ich empfehle weiter. Vielen Dank. Für meine Freunde hier. Das hat mir. Eine Ruhe gebracht. Und. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr.